Sei unbesorgt. Deine Schönheit hält ihn fest. Du musst ihn täuschen, musst leichtsinnig, flatterhaft erscheinen. Und eben das fällt mir so schwer. Wenn ich ihn sehe, verliere ich gleich die Stimme. Du wirst es lernen. Einen Unbeständigen muss man mit List zur Umkehr zwingen. So machen's auch die feinen Damen. Vielen Dank.